hallöchen ihr lieben und willkommen zu einer weiteren schönen folge turmal bei uns auf dem kanal wir gehen rein in die bar barney er sagt will austritt der sagt 44 prozent zinsen und der will uns geld abklöpfen das wollen wir natürlich nicht kommen rein in die aktien auktion 15 prozent aktien los geht's da 15.000 wird er bieten 15.000 für eine sinnlose aktion 36.000 die heute ja fast alles raus was er hat warum naja gut du wer das so will der soll das so machen also ist ja nicht meins lass uns alle pechter versammeln los geht's so und wir haben die letzten felder leute da drüben ist eine 80 gewesen die hatten wir geil oder ein ja komm jetzt geht alles hier unten ist aber wir haben so viel geld auf konto wir können uns das locker leisten hier alle in die tasche zu stecken ja mach groß dein geld bringt nichts geht er hoch genau letzte runde oder was hier ist aber sehr ruhig plötzlich hier ist sehr ruhig weil ich bin da ich bin da ich bin da zack komm direkt rein mal pferdchen dazu gegönnt wo haben wir denn hier drüben hier drüben sieht es gut aus dann machen wir das jawohl ich bin doch so da leute so dann du hast gesagt hier ist was aha das wäre ja fast eine verarsche geworden ei 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 da brauchen wir auf jeden fall dann das stein upgrade so hier drüben geht es gerade hoch bitte dahin alle aber wollen wir ausbauen oder noch nicht ich würde sagen 146 ist egal komm raus damit wenn wir nämlich direkt hier unten weiter gehen zumindest mal so ein kleiner das ist ja nur ein kleines feld okay da haben wir das 1 26 ja ich könnte mir gern noch ein paar pferde dazu holen aber das finanzielle das finanzielle ist ein bisschen schwierig dankeschön wollen wir gleich noch zwei dazu sicher ist sicher so was hast du hier drüben für mich mein freund na gut macht noch nicht viel sinn wir müssen wirklich das ganze ding jetzt dann mit einmal aufdecken ob wir wollen oder nicht wenn jetzt die hackstückelei diese diese strecke hier rüber die ist einfach gerade ein bisschen zu teuer deswegen warten wir mal ganz kurz die die um 0,05 cent glaubst du das ich glaube bei denen ist wohl irgendwas nicht richtig so zeig mal her hier ich würde gern mal direkt hier rüber gehen so älter okay ähm ja macht das sinn wenn ich da jetzt drüben einen hinstelle na ich weiß gerade nicht komm wir machen mal so ist egal mein stuhl knarrt ist das schlimm okay fünf fährtchen haben wir hier drüben steigt da gerade sehr gut und sobald der zenit erreicht ist äh gehen wir wieder rüber na komm jetzt okay dann ziehen wir hier auf jeden fall noch einen lang der kostet 306 okay ja solange die alle verkaufen können wir mal eben ausbauen na 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 ja so ich brauche das upgrade oh das geht raus oder ja dafür haben wir zu wenige pferde das geht mit sicherheit oben drüber und gerade jetzt ah schön ja hilft auch glaube ich nix wenn ich hier noch ein paar kaufe oder das könnte was bringen naja dann stehen sie davor mit dem leeren wagen aber ziehen nicht rein ne das ist auch immer ganz komisch na gut ist egal können wir jetzt nicht ändern wir müssen schauen dass wir hier drüben noch ein paar felder finden und dann muss ich mit sicherheit noch einen zweiten turm bauen hundertprozentig weil das feld ist ein bisschen zu groß ok da haben wir was gefunden so ja das müssen wir so machen so dankeschön da können wir direkt noch einen zweiten turm bauen und dann Silus Silus Grandus glaube ich den bauen wir aus den bauen wir aus den können wir den auch das ist erstmal ok so bauen wir erstmal die hin zack 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 so hier drüben geht es auch wieder hoch sehr gut und alle hier rüber gleich zack so da unten ist Magma kann man mögen ah hier drüben schauen wir mal einer an was da noch alles hochkommt ok 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 da haben wir auf jeden Fall auch noch zwei dann müssen wir das tun und das tun den nehmen wir auch noch mit weil den brauchen wir gleich für hier unten den kleinen hier können wir in Ruhe ziehen lassen das macht glaube ich nix so ja und jetzt heißt es nur warten dann gehen wir nämlich da hin und er geht mal hier runter das ist alles auf drei ja wir sind auch auf drei sehr gut ok dann gehst du da hin dann bauen wir dich direkt mit aus ok das hat was gebracht das hat was gebracht ok so dann gucken wir dann hier unten noch rein eben dann haben wir ja sowieso fast alles aufgedeckt ne ok noch mehr Magma und dann gehen wir noch hier drüben gucken dann haben wir doch eh schon durch na 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 so naja sehr gut kein Gas da den bauen wir aus den können wir noch mal ausbauen ok die müssten ja eigentlich relativ zügig leer sein aber den muss ich ausbauen definitiv die Dinge haben wir auch schon gefunden das Artefakt ja na ja schauen wir mal nochmal ausbauen direkt ja und dann können wir nur zugucken wir haben Juni also würde ich sagen machen wir zwei super Silos ja und machen hier zu genau und jetzt könnten wir die Sache beobachten gucken wo der Preis hinläuft da drüben geht er auf 1 hoch jawohl den wir verkaufen direkt da da di da di du bei dem Geklickere könnte man doch eigentlich wunderschön einschlafen oder dieses Rhythmische du schläfst ein du wirst müde nee wenn du auf Arbeit musst lieber nicht nee 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 dann warten wir doch hier drüben haben wir 1 4 1 3 komm mach zu schauen wir hier unten nochmal nach nö brauchen wir eigentlich nicht aber in dieser kleinen miesen Ecke hier unten vielleicht nö okay nee dann haben wir definitiv alle Felder erwischt und jetzt geht es halt nur darum dass wir den Dicken hier leer kriegen 92 erst fällt aber gut wir haben Halbjahr wir haben Silo Platz alles gut alles noch ganz gechillt ja ich will mal ein bisschen Gas geben oh 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 was ist denn das oh ba 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 das ging jetzt so schnell hoch ich dachte drückst du mal drauf und der steigt noch weiter okay wir haben August ja komm weißt du wir machen einfach mal wir gehen mal das Risiko ein und ziehen den mal mit denn sobald der hier drüben leer ist gar ganz links dann sollte es eigentlich zapserab gehen wir gucken nochmal hier unten hin hat sich hier noch einer versteckt nö und hier drüben wahrscheinlich dann auch nicht nö okay alles gut bau den nochmal aus sehr gut sehr gut sehr gut hab ich denn noch Kaffee nein sehr gut so jetzt zieht er aber runter ja da sieht gut aus und wir haben immer noch einen guten Preis hier müsste es halt auch so so Superfördertürme geben so so die gleich von sich aus hier 300% ziehen oder so kann ruhig ein tausender kosten aber es wäre halt cool gewesen aber wahrscheinlich wollte man sich da so ein bisschen an der Technik von damals orientieren okay mach mal zu denn bei Left scheint es gerade zu steigen na und wie sieht das aus hier ja das sollte gut funktionieren da gibt mal ein bisschen Gas ja komm steig 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 oh er wird wieder langsamer ach komm ist nicht dein Ernst oder das ist doch jetzt nicht dein Ernst der steigt hoch auf 80 und dann fällt er wieder okay der hier drüben ist bei 30 der steigt gerade okay dann gucken wir uns das mal an hier drüben 70 69 hier drüben und äh ein Oktober ja komm egal hau raus da haben wir wenigstens ein paar Schäfchen im trockenen aber Wright hat bisher eigentlich immer am besten gezahlt das ist komisch ja die letzten kommen na da ist noch ein bisschen drin ein bisschen Soße ist noch drin sehr schön ja der Rest kommt auch noch mit nach Hause jawohl dankeschön aber die letzten Reste zusammenkratzen vom Siloboden ja herrlich alle hinstellen sehr gut tschüss alles bekommen ja und alle Bonis abgeräumt sehr gut das war's Leute alle Aktien sind nun weg und auch ich verabschiede mich meine Gratulation zum Erhalt des Bürgermeisteramtes doch bevor du dich entspannt zurücklehnst warum versuchst du dich nicht noch am Expertenmodus viel Glück und alles Gute ja gut gespielt ich bin beeindruckt Rainer ist beeindruckt ich auch Donnerwetter großartige Leistung ja wir haben fast eine halbe Million hast es tatsächlich geschafft du bist echt ein smarter Typ ich weiß gut gespielt willst du deine komplette Kampagnenstatistik sehen ich habe einen Bericht im Rathaus zurückgelassen jawohl gut gemacht oh hier die hauen ab ich bin mir sicher dass du als Bürgermeister fast genauso gut sein wirst wie ich zack Gewinner, Gewinner, Hühner, Dinner so sieht's aus ah schön lass uns irgendeine Flasche öffnen und feiern Prost auf jeden Fall so und du hast großartig nun da du reich bist solltest du einige meiner Schätze kaufen ich werde unsere gemeinsamen Reisen vermisst schön Spielende danke Leute fürs Zuschauen hat mir sehr viel Spaß gemacht und hier auf dem Kanal wird's dann vermutlich nochmal mit nem Neustart von Gas Station Simulator weitergehen ich schau mal oder ihr habt vielleicht noch einen anderen Vorschlag von Spielen die so ähnlich sind wie das auch so cool entspannt schön smart alles gut alles easy hinterlasst bitte ein Däumchen nach oben das wäre ein Träumchen und dann sehen wir uns wieder zum nächsten Spiel auf diesem Kanal dankeschön dann sehen wir uns wieder auf dem Kanal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal